Moin Büros! Da ich ja jetzt ein paar Anfragen hatte wegen dem Edeka Prospekt habe ich gedacht scheiß drauf ich ziehe das schnell einmal durch. Letztes Jahr kam das so gut an und ich habe gedacht weil ich jetzt Anfragen bekommen hatte bzw. zwei Anfragen von guten Followern habe ich gedacht komm ziehe ich das auch noch mal durch. Bekommt ihr das auch noch von mir weil ich hatte gesehen die meisten haben ja schon die ganzen Prospekte hochgeladen oder online schon vor Wochen gesehen. Ja jetzt noch mal hier Captain Tracy. Das ist ein F1 Sortiment. 999 von Komet. Das ist ganz schön deftig aber ich denke für 400 Teile ein 10er das geht noch. Da gibt es andere Sätze die sind deutlich teurer. Hier nochmal Kids Power. Das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Das haben wir hier schon alles vor Ort. Power Lights. Das ist auch ein schönes Set für den 10er. Ich glaube 10 Vulkaner. Ja 10 Teile ist das. Kann man auch mal machen. Wachs gießen 399. Kids Action 399. Auch 4 Teile. Das ist wirklich viel Tischbomben. Hier ist hier nur noch Kleinkram. Party Popper hier. Feuervögel. XXL oder XL. Zwei große Feuervögel. 399. Dann haben wir hier die Goldraketen. Gold Knights. 1299 ist ganz schön teuer. Aber hier 5 Beiliner. 1 gratis. Geil. Wunderkerzen. Hier ist noch ein Raketensortiment. Nightstars. 188 Teile. Also so ein Familiensortiment ist das. Für den 10er. Das geht noch. Das kann man mal machen. World of Rockets. 25 Euro. 18 Raketen. Dann haben wir hier nochmal Wunderkerzen. Das ist auch eine Wunschrakete. Für 7 Euro. Das ist ja wohl ein Bucher. Magic. Was ist das? 399. Das lohnt sich auch nicht. So. Hier kommt der erste Verbund. 3 Effektbatterien. 8 bis 18 Millimeter Kaliber. 152 Schuss für 20 Euro. Das ist ja ganz schön deftig. Das Geld kann man besser investieren. Zum Beispiel bei Thomas Philips. Ja. Dieser Vulkan. Der ist auch für 20 Euro. In meinen Augen viel zu teuer. Was haben wir hier? Night Evolution. Für den Svali. 148 Schuss. Da sind halt mehrere Batterien. Aber auch nur bis 20 Millimeter Kaliber. Night Mission. 499. 15 Schuss. 200 Gramm NEM. Noah. Der sieht auch interessant aus. Für 999. Light Streamer. Von T-Sortiment steht hier. 115 Sekunden Brenndauer für 15 Euro. Kann ich mir gar nichts darunter vorstellen. Keine Ahnung. Müsste man mal ausprobieren. Aber für 15 Euro. Hier ist das große Set. Für den Svali. Sechsteilig. 360 Schuss. Hier so ein Billo Verbund. Für den 10er. Hier noch eine kleine Batterie. Für den 10er. Römisches Licht ist das hier. Für 8. Und die kleinen Kuchenkuchen. Hier haben wir hier noch eine Batterie. 25 Euro. 36 Schuss. Steht leider auch nicht wie viel NEM. Er hat auch 500 Gramm steht auf der Batterie. Aber nicht was für ein Kaliber. Aber nicht was für ein Kaliber. Was ist das? Leuchtsortiment. Und hier noch ein Leuchtsortiment für den 10er. Und die kleinen Kuchenkuchen. Und das war es. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir haben jetzt noch mal einen Kuchenkuchen. Vielen Dank.